Hallo, Lars hier von it-zeugs.de. In diesem Video zeige ich dir den Umgang mit PST-Dateien in Outlook. Also bleib dran, es geht gleich weiter. Wir befinden uns in unserem Outlook-Konto. Eine PST-Datei können wir jetzt so erstellen. Und zwar gehen wir hier auf Neue Elemente, Weitere Elemente, Outlook-Datendatei. Die PST-Datei steht nämlich genau für Outlook-Datendatei. Nicht ganz naheliegend, die Abkürzung ist aber so. Und diese Datei können wir zum Beispiel nennen Archiv 2019. Die wird uns hier jetzt in der Ordnersicht eingeblendet. Da können wir sagen, wir machen auch einen neuen Ordner. Zum Beispiel Posteingang. Oder wir machen einen neuen Ordner mit, was machen wir zum Beispiel Steuer. So, da hätten wir hier diese Ordner. Was wir nun machen können, wir können hier jetzt beliebige Elemente nehmen. Da verschieben, das macht jetzt nicht so sehr Sinn, weil das nicht direkt mit Steuer was zu tun hat. Und dann wandern diese Elemente hier rein. Die werden jetzt nicht mehr in der E-Mail-Box gespeichert, sondern, ich kann hier mit der rechten Maustaste drauf, Datendateieigenschaften erweitert, sondern lokal hier in dieser Outlook-Datendatei mit der Endung PST. Die Datei kann ich auch wieder zumachen, rechte Maustaste drauf, Archiv 2019 schließen, dann ist sie fort. Ich kann die wieder öffnen, über Datei, öffnen und exportieren, Outlook-Datendatei öffnen und hier ist sie wieder. Wichtig ist vielleicht noch, das ist kein Ersatz für eine sogenannte Workgroup-Lösung, wo mehrere Leute auf einem Konto arbeiten können. Ich kann zwar über das Netzwerk so eine Datei öffnen, aber immer nur von einem Outlook aus. Hauptanwendung ist tatsächlich nur noch das Archivieren von Elementen, lokal. Man muss natürlich darauf achten, dass man diese Datei auch entsprechend sichert, denn wenn natürlich dann die Festplatte kaputt ist, auf der die Datendatei gespeichert ist, dann sind meine Elemente wirklich auch weg. Früher wurden auch die E-Mail-Konten direkt in PST-Dateien gespeichert. Inzwischen verwendet Outlook aber nur noch für POP3-Konten, PST-Dateien und ansonsten OST-Dateien. Die OST-Dateien, die kann man leider so nicht mehr direkt öffnen. Da gibt es aber Tools dazu, mit denen man das machen kann. In einem anderen Video stelle ich dir ein solches Tool vor, wie man quasi aus so einer OST-Datei dann doch die wichtigen Elemente wieder extrahieren kann. Das war es schon zum Thema. Wenn du Fragen hast, dann bitte unten in den Kommentaren. Ich freue mich auch über Likes und Abos. Bleib gesund oder werde gesund, falls du es noch nicht bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.